Hallo zusammen, wir befinden uns hier in einer von 29 Teilbibliotheken der Universität Bern. Wir haben jetzt mit auf einen kleinen Rundgang. Eileen, was machst du so? Pstst. Es ist gut, dass du in allen Bibliotheken fängst verschiedene individuelle Lernorte wie dich anziehen. Entweder kommst du alleine lernen oder zusammen mit anderen, wenn du dich vorbereiten musst für eine Präsentation. Und zeig dir jetzt alle deine Lernorte in der Diage an. Bis zum nächsten Mal.